Ich begrüße Sie herzlich hier auf dem Kloß Messestand in Hannover. Nach 20-jähriger Abwesenheit ist Kloß wieder Aussteller auf der wichtigsten internationalen Industriemesse. Die Halle 17 steht dieses Jahr im Fokus der Automatisierungstechnik und wir als die Experten in der automatisierten Schweißtechnik dürfen da natürlich nicht wählen. Wir zeigen hier die Kernkompetenz der Firma Kalkloß Schweißtechnik. Der automatisierte Lichtbogen mit unserem Kirox-Roboter werden vier verschiedene Prozessvarianten über ein Brennerwechselsystem präsentiert. Wir sehen hier den Koltweltprozess, ein Wechselstromprozess. Ein Prozess mit wenig Wärmeeintrag in das Bauteil und somit kann gerade beim Aluminiumschweißen hohe Schweißgeschwindigkeit beim wenig Wärmeeintrag umgesetzt werden. Wir sehen hier den Kandemweltprozess. Die Besonderheiten dieses Prozesses ist, dass zwei Drahtelektroden unter einer gemeinsamen Schutzgastglocke abgeschmolzen werden. Durch diesen Prozess können hohe Abschmelzleistungen erreicht werden, zum Beispiel Abschmelzleistungen im dickeren Blechstärkenbereich bis zu 20 Kilogramm pro Stunde und im Dünnblechbereich Schweißgeschwindigkeiten bis zu 4,5 Meter. Wir sehen hier den Laserweltprozess. Dieser Prozess zeichnet sich aus, dass zwei verschiedene Prozesse in einer Prozesskombination in einem gemeinsamen Wirkpunkt arbeiten. Zum einen das Laserstrahlschweißen und das MSG-Schutzgastschweißen. Bedingt durch die hohe Energiedichte des Laserschweißens kann in dickeren Materialstärken die Nahtvorbreitung komplett entfallen und somit eine wirtschaftliche Schweißung erreicht werden. Im Dünnblechbereich können hohe Schweißgeschwindigkeiten durch den hohen Energieeintrag bei reduzierter Schreckenenergie umgesetzt werden. Nero-Gap-Welt ist ein Prozess für dickwandige Bauteile. Materialstärken von 40 Millimeter aufwärts bis 300 Millimeter können mit diesem Prozess geschweißt werden. Der Vorteil ist, dass wenig Material eingebracht wird, da keine Nahtvorbreitung notwendig ist. Wir erreichen einen geringen Wärmeeintrag, wir haben wenig Zusatzwerkstoff und können somit dickwandige Materialien bis zu 350 Millimeter wirtschaftlich erschweißen. Usher Ausgabe Musión Musión Mujeres Vielen Dank.